Moin Moin Kapitäne, Willkommen zurück auf unserem Seacrots Kanal. Ein neues Replay von Rania83 habe ich bekommen und möchte euch das ganz gerne zeigen. Sie ist zusammen mit Ulpendul auf der Karte Gold Tabor mit ihrer Algerie unterwegs gewesen. Er war recht erfolgreich und abwechslungsreich und wir sehen jetzt auch die verschiedenen Fähigkeiten der Algerie in diesem Gefecht. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Ich kenne das Video nicht komplett. Klar, ich habe es geschnitten, aber ich bin nur ein bisschen hin und her gesprungen und habe den Endscreen gesehen. Von daher bin ich selber sehr gespannt. Ganz kurz ein paar Informationen zu dem Schiff. Der eine oder andere weiß jetzt sicherlich schon, der T7-Kreuz der Franzosen. Hier in der B-Rumpf-Variante, also schon mit der verbesserten Ruderstellzeit, der verbesserten Flak und hier 35.600 Trefferpunkten. Standardisch schießen die Geschütze 16,3 Kilometer weit. Das sieht man jetzt ja hier auch, die Feuerleitanlage ist hier nicht ausgebaut. Und wir haben hier 203 Millimeter Rohre auf vier Türme verteilt, A2 Rohre. Die HE-Brandwahrscheinlichkeit liegt bei 15% ohne Flaggen und ohne Skill. Und mal gucken, wie oft hier angezündet wird. Ich denke mal, wird schon ein starkes Stück sozusagen, ein starker Anteil sein. So, da sind die Taubten schon raus. Die haben eine Reichweite von 9 Kilometern und da ging es dann auch schon los. Die ersten Treffer sind schon gelandet, gleich in Brand gesteckt. Fünffach aufgeschaltet, vierfach aufgeschaltet. Oha. Macht ihr aber aus dem Staub, Mädel. Das war ein bisschen daneben. Aber standardmäßig hat das Schiff eine Nachladezeit von 12 Sekunden. Ist jetzt nicht ganz so schnell. Mal gucken, ob das hier... Ja, das sind glaube ich 12 Sekunden. Also, passt dann schon. Ja. Kann man hier ganz gut sehen. Der AP-Schaden beträgt 4800 Punkte, was ganz okay ist für Tier 7 Kreuzer, wie ich finde. Oh, hier ist sogar schon eine Sekundärreichweite. Die Ibuki-Torpedotreffer auf dem Zerstörer, auf der Mars. First Bird, völlig in der Schlacht. Das ging ja leer, richtig los. Gefecht, 3 Minuten 30, 21.800 Schaden gleich zusammen. Da sind jetzt die AP-Granaten drin. 6-3, Zitadelle, Doppel-Zitadelle, Ibuki down. Meine Fresse, das nennt ich meine spanische Eröffnung, ey. Ja, zu den Torpedos, wie gesagt, 9 Kilometer Reichweite, 60 Knoten schnell. 2 mal 3 Rohre an jeder Seite. Also nicht an jeder Seite, an jeder Seite 1 mal 3 Torpedos. So ist vielleicht die bessere Ausdrucksweise. Und was ich auch ganz interessant finde, als ich mich auf diese Replay vorbereitet habe. Wenn du hier den B-Rumpf drinne hast, dann hast du eine Ruderstellzeit von 9,5 Sekunden. Und wenn du da drauf dann nochmal diese 20%-Skillst, dann bist du doch schon ganz schön wendig für diese Chiff. Dann müsstest du um und bei 7 Sekunden sein. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich bin selber jetzt erst bei der La Gassionnaire, aber kurz davor, die Algerie freizuschalten. Rania ist jetzt quasi schon bei der Charles Martel. Das ist einer der älteren Gefechte von ihr. Ja, also... Und wie immer bei den Kreuzern heißt das, bloß keine Breitseite zeigen. Das ist auch bei den Franzosen so. Das war ein bisschen zu wenig vorbei. Ja, das geht dahinter. Ja, aber ich denke da, das war doch schon mal eine ganz gute Eröffnung. Ja, das Schiff ist von 1934 und das letzte Kreuzerchen, was direkt von den Franzosen gebaut wurde wohl. So wie ich das gelesen habe, wurden die nachherfolgenden Schiffe in Frankreich, äh, in Deutschland gebaut. Finde ich ja sehr faszinierend. Ich dachte eigentlich, dass die damals Krieg hatten. Ich weiß nicht genau, wie die Geschichtlichen und Zusammenhänge da sind. Wenn ihr da mehr wisst drüber, einfach unten in die Kommentare schreiben, wäre sehr cool. Dann kann man sich hier nochmal ein bisschen austauschen oder weiterbilden. So, da war schon wieder angezündet und die Nagato brennt jetzt nicht mehr. Hat gerade gelöscht. Gucken wir mal, was da jetzt noch passiert. Ja, äh, Feuerregen und Granatenregen, da ist wieder angezündet. Meine Fresse, das Ding ist schon, der mit 15% ist ja schon ordentlich. Wenn du dann noch vernünftig triffst, dann, boah, 52.000, die Zahlen ticken weiter. Ja. Also, hat Spaß zu machen. Ich freue mich schon so ein bisschen darauf, wenn ich dieselbe die Algenie habe, wenn ich mir das hier so angucke. Ist sicherlich jetzt auch ein optimales Gefecht, aber... Nächsten Jahrhundert noch unterwegs. North Skyliner brennt auch, was da Zeug hält. Auch so eine Sache, die jetzt als nächstes Jahr demnächst in World of Warships kommt, sind ja die neuen Brandanimationen, die jetzt bereits auf dem Asien-Server getestet werden. AE-Animationen, Brandanimationen, Torpedo-Animationen, das wird jetzt alles demnächst irgendwann mal überarbeitet. Wann es kommt, weiß keiner. Es gibt aber ein paar Videos, unter anderem bei uns auf der Facebook-Seite zu sehen. Und ja, ich denke, ist vielleicht das eine oder andere Interessante dabei. Schaut einfach vorbei. Facebook.com slash Seagroutes. Bei der Gelegenheit, bei der Sache möchte ich gleich nochmal darauf hinweisen. Wir sind Mitglied in der European Community, also World of Warships European Community. Ihr habt den Banner wahrscheinlich am Anfang gesehen. Wenn ihr Bock habt, euch dieser European Community mit anzuschließen, meldet euch einfach. Ist eine geschlossene Gruppe. Ich werde sicherlich, wenn ihr euch da meldet, relativ kurzfristig akzeptiert werden. Würde uns freuen, da Seagroutes auch Mitglied ist, beziehungsweise ich selbst als Maracher. Dann fällt es sicherlich eine tolle Sache ab, wenn man auf dem Europäischen Server spielt. Also sollten wir auch eine gemeinsame Gruppe haben, die nationale Ebene halt nochmal erweitern. So, zurück zum Gefecht. Wir sind bei knapp acht Minuten Gefechtszeit. Der Gegner liegt schon von der Schiffsanzahl her ganz gut zurück. Von den Punkten her auch. Und die wissen nicht so ganz genau, was sie jetzt machen sollen, weil von uns, auf der rechten Seite, vom grünen Team, eine Kagero hat sich schon unterfahren oder hinterwandert. Eine Sharnos und eine York hält die so ein bisschen auf Trab. Die halten sich aber geschickt zurück offensichtlich. Und hier vorne findet der Push statt. Die North Carolina ist ein bisschen auf sich gestellt mit der Belfast zusammen. Und hier steht ein starkes Team. Die T-Up jetzt auf der rechten Seite bei E6 möchte sich jetzt quasi in eine bessere Position bringen. Also er macht das schon und nutzt nur die Frontgeschütze. Jetzt wird hier B erobert. Darum geht es jetzt gerade noch. Die North Carolina fackelt ganz gemütlich ab. Haben die Marshmallow schon rausgeholt. Bzw. jetzt werden die Marshmallow auswässrig. Und jetzt sollte man eventuell auf die Tierpitz schießen. Würde ich jetzt vielleicht überlegen. Ja, wie schön anzünden die Tierpitz. Gut gemacht. Auf jeden Fall die logische Variante. Nein, ich glaube, der Kürzer wird mir wirklich gefallen. Da hinten ist noch eine Edinburgh zu sehen. Wäre ich für die Sharnhorst, die ich von Ultenburg gefahren wird, ein ganz lukratives Ziel, weil sie so schön Breitseite fährt. Entschuldigung, ich habe in der laufenden Nase ein bisschen Schnuppen. Ob nicht sieht er mir das nach. So, schon 800 Punkte zusammen. Zwei Cap Points. Also im Moment hat keiner Vor- und Nachteil. Wieder abgefackelt bei der Tierpitz. Vielleicht zweimal. Wir sind jetzt schon bei 86.000 Schaden. Und selber hat sie fast nichts kassiert. Oh, ich denke, das ist gar nicht so schlecht gefahren. Das ist eine ganz angenehme Sache. Die Streubung ist auch verhältnismäßig gering, wie ich finde. Gut, das sind jetzt nur 10 Kilometer, auf die geschossen wird. Garnhorst schießt auch nochmal mit HE. Die Tierpitz hat sich auch erledigt, denke ich mir mal. Das war die Tierpitz. Jetzt sind wir bei knapp 100.000. Und weiter auf den Gegnerdruck gemacht hier. Die Edinburgh, die ist jetzt wahrscheinlich auch gleich down. Und dann haben wir hinten noch eine Belfast auf der linken Seite. Die Edinburgh hat es hinter sich. Das war quasi schon so gut wie der Kruz in der Metz wird. Wird jetzt gleich noch die Belfast aufgeklärt werden. Ja, da ist der Nebel schon. Möchten wir jetzt schon mal bedanken für zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Oder Feedback allgemein. Wir freuen uns auch über jedes Abo von dem Kanal hier. Dann verpasst ihr jetzt auch in Zukunft unsere Preview-Videos nicht. Und ab und zu werden wir auch Replay oder Livestream online stellen. Von daher wären wir euch dankbar, wenn ihr da halt einen Daumen nach oben da lasst. Und ein Abo eben. Das wäre halt ganz toll. Ja, darüber hinaus, wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt, die wir vielleicht nicht jeden Tag bei YouTube online stellen, Facebook oder die European Community ist sicherlich auf jeden Fall eine gute Sache. Und ja, in dem Sinne, vielen, vielen Dank für das Zusehen. Jetzt hier noch der Abschluss-Screen. 100.000 Schaden, 4.700 Erfahrung ist, denke ich, schon eine ganz coole Nummer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Tschüss, euer Maracher, euer Sequels-Team. Ich hoffe, ihr Bak